Smart TV 2023 Samsung Gaming Hub Der Samsung Gaming Hub ist die direkte Verbindung zu deinen Cloud-Gaming-Diensten, wie zum Beispiel Xbox oder Nvidia GeForce Now. Ob Konsolenspiele oder Spiele-Apps, auf deinem Neo QLED TV bekommst du passende Spiele vorgeschlagen. Spiele plattformübergreifend jederzeit deine Lieblingsgames. Drücke die Smart Hub-Taste, navigiere nach links und wähle Spiel. Unter Zubehör und Musik wählst du einen Controller aus, der mit deinem Fernseher verbunden werden soll oder bereits verbunden ist. Unter Audio kannst du ein Audio-Gerät auswählen, über das der Sound beim Spielen wiedergegeben werden soll. Unter dem Punkt Musikspieler kannst du Spotify einrichten. Rechts daneben kannst du Apps oder Geräte installieren und entfernen, die zum Spielen erforderlich sind. Im Bereich darunter findest du Spiele nach Kategorien sortiert, die du kaufen kannst oder die in deinem Abo bereits enthalten sind. Wählst du ein Spiel aus, siehst du weitere Details. Am unteren Rand des Samsung Gaming Hub ist das Menü Spieleverlauf und Optionen. Hier kannst du eine Altersbeschränkung festlegen. Mit dem Punkt Personalisierung stellst du ein, ob du ähnliche Inhalte basierend auf deinen letzten Spielen angezeigt bekommen möchtest. Ganz rechts findest du eine ausführliche Anleitung für den Gaming Hub. Viel Spaß beim Ausprobieren! Vielen Dank für's Zuschauen!